Donnerstagabend und mittlerweile wird es schon zur Tradition. Ein Glas Wein, Klamotten und ein Rucksack, in den alles rein muss. Auf der Autobahn, auf dem Weg nach Hause, nach Bremen. Und wie könnte es besser laufen? Stau. Es ist jetzt mittlerweile der dritte Monat und es wird nicht gerade einfacher. Surprise! Bist du däppert? Klassiker Handwerker hier heute. Projekt Balkon. Was machst du denn da unten? Ich mache hier ein bisschen rum. Ach und warum? Weil mein Besuch immer Flecken an meine Wand macht. Schmecken sie? Oh ja. Wie ist deine Stimmung zu dem Ganzen hier? Fantastisch, können die besser laufen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr Bock hast du noch auf dieses Versteckspiel? Minus 10. So langsam sind diese Wände hier sehr eintönig. Moris hat uns diese Hoodies gemacht. Prinzenpaar 2021. Das sind wir. Oh, ein bisschen cute. Beide. Yellen. Verste.